Hallo, ich bin der Kinan. Ich bin die Laura, das ist unser Sohn Otis. Willkommen bei uns zu Hause. Wir wohnen hier seit Mai 2022 in Augsburg auf ca. 300 Quadratmeter und standen natürlich auch vor der Herausforderung, wie richten wir das Ganze ein. Dabei hat uns West Wing Studios sehr geholfen und hat ein komplettes Konzept für das ganze Haus gemacht und wir sind damit wirklich sehr, sehr zufrieden. Unser Alltag besteht eigentlich daraus, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Das heißt, wir essen viel zusammen, wir spielen viel zusammen, schauen aber auch gerne abends einfach nur einen Film an. Bei der Einrichtung haben wir darauf geachtet, dass man bei uns zu Hause alles machen kann. Das heißt, es gibt ein Home-Office, es gibt ein Home-Gym und es gibt eine Terrasse mit einem Outdoor-Kino. Das Outdoor-Kino gehört natürlich zu meinen persönlichen Highlights. Und zwei weitere Highlights sind einmal das Ankleidezimmer, welches wir so aufgebaut haben, dass es einer kleinen Boutique ähnelt und natürlich das Schlafzimmer. Denn wer liebt es nicht, einfach mal in einem großen 2x2 Meter Bett zu schlafen und eine ruhige Nacht zu haben. Ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen und habt ganz viel Spaß.